hallo 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 ladies and gentlemen einen wunderschönen samstagmittag wünsche ich euch ich hoffe es geht euch gut herzlich willkommen zu diesem kleinen infovideo was aber sehr sehr interessant für euch alles sein sollte nämlich über die planungen der nächsten wochen wir brauchen nicht lange drum rum reden wir haben bis fifa 22 nicht mal mehr als ein monat und inzwischen werden die dinge ein bisschen konkreter auch was die planungen betrifft und ich denke mal ich bin auf jeden fall guter dinge wenn ich euch sagen kann ich informiere euch da jetzt mal ein bisschen was das so sache sein wird also zuerst mal erste sache was mir persönlich wichtig wäre morgen gibt es ein live stream ja also morgen abend um 18 uhr wird es definitiv einen live stream geben und zwar machen wir die karlsruher sc karriere weiter diese unfassbare karriere was da passiert jungs das kann ich euch echt nicht erzählen alle leute die da im live stream bis jetzt schon dabei waren die fassen es einfach nicht dass diese mannschaft nicht erfolgreich ist und auf jeden fall wird morgen das motto stehen alles oder nichts also aufstieg oder aufgabe ganz einfach und das ist jetzt die dritte saison die ich dann mit diesem verein versuche irgendwie mit dem aufstieg zu schaffen wenn wir das nicht schaffen dann gebe ich auf sage ich euch auch ganz ehrlich auf jeden fall morgen 18 uhr ich hoffe ihr seid da auf jeden fall dabei ich würde mich sehr sehr freuen dann geht es am montag geht es natürlich wie gewohnt weiter mit der allemannia aachen karriere und da sind wir auch schon beim ersten problem denn euch wird wahrscheinlich aufgefallen sein fantastic hör mal wir haben ja schon den vierten september denkst du nicht das wird ein bisschen eng ja ganz ehrlich ich glaube das wird sogar ein bisschen eng dementsprechend kann ich euch auf jeden fall sagen für euch alle da draußen die mich jetzt schon abonniert haben oder es vielleicht noch tun werden kurz schon mal dafür aktiviert eure glocke aktiviert definitiv eure glocke weil ich werde wahrscheinlich mit der aachen karriere ein bisschen mehr aufs gaspedal treten müssen normalerweise ist es ja immer so dass ich da immer so alle zwei tage vielleicht mal ein video hochlade oder so ich denke auch dass es so ein guter rhythmus für euch eigentlich ist das problem an der sache das wird jetzt eine verdammt knappe kiste ne also und ich sehe jetzt nicht in der annahme dass ich in der ersten saison direkt deutscher meister werde mit allemannia aachen also daher es könnte noch ein bisschen gehen dementsprechend leute aktiviert die glocke und aachen videos kommen non stop freunde ich hoffe ihr seid da alle dabei ich würde mich auf jeden fall freuen so und dann kommen wir zum ganz großen thema fifa 22 was wird passieren also erst mal an euch alle ich habe es mir bestellt ja ich warte eigentlich nur darauf dass es bei mir im briefkasten ist ich kann mich erinnern letztes jahr kam es am 26 kam es glaube ich bei mir im briefkasten so was wird dann passieren wenn fifa 22 da ist also es sind ja drei dinge auf jeden fall geplant aktuell machen wir ja die karriere im live stream also wir machen gleichzeitig immer zwei karrieren ja eine machen wir im live stream und im anderen machen wir das als video upload ja dementsprechend habt ihr immer mal wieder eine neue folge zum angucken und ihr habt auch immer wieder was neues das soll definitiv auch weiterhin zu gehen wir werden auf jeden fall im live stream wieder eine einzige karriere zocken und gleichzeitig gibt es für euch immer mal wieder so als zwei tages upload gibt es mal immer wieder die zweite separate karriere also ich denke so wie es jetzt auch ungefähr ist ich denke ihr seid damit zufrieden ich habe da auch schon für die upload karriere jemanden im hinterkopf und auch schon für die live stream karriere thema create your club thema verein erstellen ich bin was das betrifft noch relativ vorsichtig hat den grund ich habe eine idee ich brauche dazu die hilfe von ein zwei leuten die hätte ich auch im prinzip aber es weiß noch keiner von euch da draußen wie fifa 22 werden wird also es kann natürlich auch sein dass es ein absoluter reinfall wird dementsprechend lassen wir uns einfach überraschen ihr wisst wie ea sports ist ihr wisst manches ist vielleicht relativ gut und ea sports ist immer so ja wir knallen jetzt viele viele neue dinge rein aber die alten dinge die nicht funktionieren die lassen wir einfach so so und das ist eigentlich schon immer so gewesen und deshalb lass uns da bitte den ball flach halten ja also es könnte ja auch gut möglich sein dass create your club ein kompletter reinfall wird so man weiß es nicht muss man nachgucken auf jeden fall werden wir sehen was da kommt und natürlich was man auch nicht vergessen darf und ähm ich weiß nur nicht ob ich dazu live streams machen werde weiß ich jetzt noch nicht ist einfach ultimate team ne ist ja ganz ganz klar ich muss aber gleich dazu sagen ultimate team von fifa 21 hat mich ganz schön runter gezogen also was da teilweise passiert ist all die jahre bohr das hat mich ganz schön runter gezogen mein lieber man dementsprechend ähm versprecht euch da nicht so viel ich werde ultimate team das ein oder andere hochladen auch was die ratings betrifft ich wollte nämlich da eigentlich so zwischendurch was hochladen aber ea hat noch keine ratings aus ja also es gibt noch keine player ratings ähm gut wir haben zwar schon september und es gibt keine ratings aber okay gut ist egal aus ea sich kann man mal machen so in diesem sinne hoffen wir einfach dass die bald kommen und ja also das ist auf jeden fall der plan wenn fifa 22 draußen ist wie gesagt in den nächsten tagen morgen live stream karriere ksc dann natürlich die allemannia aachen karriere die müssen wir zu ende spielen da gibt es kein drunter und drüber ja ansonsten wie gesagt fifa 22 es gibt eine live stream karriere es gibt eine upload karriere und gleichzeitig ultimate team ich denke so ist das eigentlich ganz in ordnung und ich hoffe ihr freut euch auf jeden fall da mit mir natürlich zum schluss will ich auf jeden fall noch sagen was jetzt vielleicht ein bisschen untergegangen ist die letzten paar tage jungs ladies and gentlemen vielen vielen dank für 1000 abonnenten ja auch wenn das ich komme mir immer blöd vor oder irgendwie so specials zu machen oder irgendwie so und wenn wir ehrlich sind ich denke der meist die meisten würden wahrscheinlich auch drüber lachen wenn ich jetzt hier in 1000 abonnenten special machen würde aber nichtsdestotrotz bin ich auf diese zahl doch schon verdammt stolz weil ich habe es nicht nötig gehabt irgendwie hilfe von irgendjemand anders zu kriegen sondern das ganze war eigenarbeit und auf der anderen seite ist natürlich durch euch das ganze auch größer geworden das darf man auf gar keinen fall vergessen ich nehme da zum beispiel mein mein tor jubeldrehung und zoom video raus was absolut durch die decke gegangen ist was ich bis heute nicht verstehen kann aber es war auf jeden fall so ja war vielleicht reiner zufall man weiß es nicht auf jeden fall ist es passiert und egal was auf jeden fall kommt gentlemen ich freue mich mit euch allen diesen weg zu gehen und fifa 22 wird für uns das ganz ganz besonderes das weiß ich jetzt schon in diesem sinne ich hoffe ihr seid dabei nicht vergessen ladies and gentlemen morgen live stream ich hoffe du bist dabei in diesem sinne macht gut gentlemen wir sehen uns morgen abend in diesem sinne macht gut euer fantastic reingehauen auf wiedersehen